Tututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututut Wir sind wieder hier. In der letzten Folge haben wir eine Sitzecke gebaut, die ich... Wollte ich ja nicht auf etwas verändern? Nee, wollte ich nicht. Okay. Ja. Ich habe es gerade so sehr, ich habe schon eine Idee. Warte mal. Können wir gleich noch etwas ausprobieren. Ja, ich werde jetzt erst mal nur eine Folge aufnehmen, damit das gleich heute noch rauskommen kann. Und dann nehme ich nachher die andere auf. Aber das geht gar nicht, okay. Okay, ich wollte jetzt hier vielleicht sowieso eine... Ich habe auch solche Idee noch waschen. Aber das geht gar nicht. Okay, gut. Dann halt nicht. Mal hier eine Besuchung probieren. Mal hier eine Besuchung probieren. kann man da Okay, 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 okay So, wieso, Liga, soll ich noch so alles reinbauen, als wäre mir eine Sitzecke Ich glaube, ich beginne einfach mal ganz unten, ganz normal mit der Eingangshalle Wir arbeiten uns langsam nach oben hinweg Und hier gucken wir mich auf jeden Fall aus, mal Täppichchen Ja Dann könnten wir, Moment, wo kommt es hier rein? Was baue ich denn dann? Ich brauche mal eine andere Musik zu denken Das ist ja, das ist ja schlimm Ja, das ist okay Okay Was baue ich hier her? Oder was bauen wir her? Wir könnten hier erst einmal Oh Mist, das wollte ich jetzt eigentlich gar nicht, aber okay Dann habe ich es halt getan Jetzt gehen ich hier im Teufeld Und dann Oh, das soll ja nicht sein! Hier steht momentan ein Bett Hier brauchen wir die Oberarm husteln Ich würde das für den Bett einbeziehen. Ich würde das für den Bett einbeziehen. Ja das ist auch doof. Moment, ich glaube das Bett kommt in eine oberen Etage. Hier eventuell rein oder. Hier sieht es nicht so cool Das Bett haue ich hierher Und dann nehmen wir unsere rote Wolle Keine Ahnung, hier kommt nur ein anderes Bett rein Da sind die Hunde, die jetzt hier so freigelassen wurden Oh Lol, das geht nicht, okay, schade Lol Ja, da kommt noch ein Bett rein Dann kommen da zwei Schränke hin, also Tische Dann können wir uns eventuell, Moment, warte mal, wir könnten uns eventuell Auch hier Und jetzt kommt das Bett Das Bett, das muss ich schon machen Und dann kommt das Bett Und dann ist es noch ein Bett Schade eigentlich, äh, was haben wir hier noch so? Holzhammer, äh, brauchst du das eigentlich gar nicht. Na, jetzt wähle ich die Zucker und Pfeile. Oder das da, oder das da, oder das da, oder... Das kann ich gebrauchen. Eigentlich versuche ich gerade, ähm, eine Boxen zu basteln. Und dann muss ich nochmal runter. Brauch halt echt was. Erstmal essen wir was. Mir ist ja aufgefallen, muss ich mal sagen. Mir ist sehr stark aufgefallen, dass seitdem ich das Minecraft-Display in diesen pausierten Zyklen mache, also nur am Wochenende, dass ich eine ganze Menge Zuschauer eingebüßt habe. Also es sind wirklich viele von euch da gewesen, um das Minecraft-Display zu schauen. Und es tut mir echt stark leid, dass wir das nicht mehr so oft machen können. Aber ich meine, ich spiele seit sechs Minuten. Mir kommt jetzt schon wieder leichter Schädel. Es ist einfach... Ich kann mich ja nicht jeden Tag jetzt stehen und anfangen, irgendwelche Folgen zu produzieren. Oh! Oh! Weil ich meine, ich habe auch noch was anderes im Leben vor, ne, als jeden Tag Minecraft zu produzieren. Ich finde es normalerweise mache ich das einmal pro Woche oder einmal alle zwei Wochen. Nehmt da größere Schwünge auf. Aber so geht es natürlich nicht. Schön finde ich allerdings, dass euch das neue Let's Bay gefällt. Äh, Watch Dogs, als ich jetzt angefangen habe. Da habe ich ja Positives nur gehört. Dass euch gefällt, dass ich das aufnehmen, das jetzt auch gleich aufnehmen. Weil da brauche ich schon morgen folgen. Sooo... Wo habe ich denn mein Redstone? 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 Ne, das kann ich auch nicht nutzen. Aber muss auch mal so sehen, dadurch... Ah, sogar habe ich sogar Schallblatt gehört. Man muss auch mal so sehen, dadurch... dass ich nicht so wenig Minecraft aufnehme. Und momentan habe ich natürlich auf jede folge Minecraft, die ich aufnehme, als doppelt oder zehnmal so viel Lust. Eis noch mal hier noch. Kohle. Habe ich meine Razzillin gepackt. Eimer. Müsste doch eigentlich hier sein. Gießflint. Wohin. Dann ist er wahrscheinlich nicht hier. Dann gehen wir mal hier hoch. Hier oben ist es auf jeden Fall in der Redstone. Das kann ja gar nicht anders sein. Wenn nicht, dann müssen wir es auf jeden Fall in der Redstone und so begeben. Huch. Ja, ein bisschen haben wir hier noch. Haha. Oh mein Gott, ey. Ähm. Moment. Mal schauen, was da rauskam. Notenblock, okay. Was. So. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Blöcke ein Blattenspieler mit dem Razzle kann ich nicht so viel anfangen ähm, Eisen kann ich nicht anfangen Ja, Lapis, okay, nehm ich einfach mal mit, weil ich es kann und dann schauen wir was wir damit das alles erreichen können wollen, werden, wollen, werden, tun so, äh, so und schwupp und schwupp ja, das ist natürlich den breitesten Weg ever, den wir überhaupt gehen können, von hier nach da hinten so und 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 um als sie viel wolle ist jeder gar nicht die wolle ist so unglaublich es ist ein wahres wunder die wolle sie wird eigentlich geht einfach nicht alle das ist wolle selbst schon keinst bei ihnen das ist wollen wie wir sie lieben ich kann gar nicht aufsammeln und die wolle sie steigt auch hier das kann man nicht aufsammeln das habe ich da für weg ich weiß es nicht brauner wolle braucht eh keiner darf noch brauner wolle schwarze wolle schwarze wolle hallo gibt weiße wurde so wie wir auf der Falle auf der Falle gestiegen unsere Farben was gibt denn da raus ja und hier die Felder wachsen auch langsam also ist auf jeden Fall eine ertragreiche letzte Folge gewesen da unten sieht ein rotes Schaf Ich würde dich gerne von mir einklenden schaffen, aber du hast hier keine Freunde in der Nähe. Die Schlucht muss auch mal schließen, ich fahre da jedes Mal nur rein. Autsch, das war so nicht geplant. Gut, ich meine, der Wahnsinn, Knochenbrüche ist schon geplant, ne? Hallo, lass mich hoch. Dankeschön. Vielen Dank für die Blumen. Vielen Dank, wie lieb von dir. Ich habe in einem neuen Spiel ein bisschen, wo ich ein bisschen bange kriege. Da sind ja auch geile Lieder in dem Auto vorhanden. Und ich weiß nicht, ob ich da GEMA-Rechte bekomme in Deutschland. So, dann hoffe ich mal nicht einfach... Hä, wieso geht das eigentlich über den Rand drüber? Ich würde die Karte ja mal rausnehmen, wenn sich das automatisch aktualisieren würde. Das wäre cool, dann könnte ich die Karte einfach mal rausnehmen. Aber so ist es natürlich doof, ne? So... Dann gehe ich mal mit den Boxen nach oben. Und wo brauchen wir denn sie am besten jetzt hin? Am besten auf irgendwas cooles. Vielleicht auf schwarze Wolle? So... Aber wie bei dir das Zeug? Äh, Moment... Okay, ich lasse das jetzt. Tut mir leid. So... Wenn ich da davor noch eine schwarze... Sieht cool aus. Ja, das sieht gut aus. Das sieht doch mal ein leichter, aber stylischer Maus. Leder haben wir jetzt gar keins. Sonst würde ich hier noch ein paar Bilder hinhängen. Aber wir haben... Moment, kann ich hier irgendwo... Habe ich hier irgendwo... Habe ich hier keine Kiste? LOL Ich habe hier keine Kiste. Strange. Also Werkbank. Du würdest mich sagen... Also... Ich würde mir gerne noch ein Bett machen. Ich würde gerne noch ein Bett machen. Ein Bett reicht mit. So, unter uns sind Zombies, aber die kommen wir jetzt hier hoch, deswegen ist das nicht möglich. Noch eine hoch. So, da haben wir eine Schlafecke, auf jeden Fall. Das sieht gut aus. Hier kann jetzt Zeug draufgestellt werden. Dafür habe ich ja den Lehm mitgebracht. So, da sind wir überall viele Blumenkopf hinstellen. Hier, andere kannst du jetzt nicht unbedingt draufstellen. Hier haben wir noch Glas. Und da haben wir jetzt hier mal die Hälfte Lehm rein und hier noch einen Stein. Ich weiß zwar nicht, ob der Stein so ist, aber wir haben einen. Die Frage, wie gehen wir jetzt weiter vor? Was habe ich denn jetzt hier? Ich habe jetzt das hier. Ich habe jetzt die ganze Wolle hier rein. Hier geht es weiter. Es kommt hier alles rein. Das brauche ich noch. Ich habe jetzt die Hälfte. Ich habe die Hälfte, ich habe die Hälfte. Aber ich habe keinen Fall. Du bist jetzt da. Und erstmal etwas. Ich habe das nicht zu schnell gestiegen. Das war's dann erstmal für diese Folge, meine lieben Damen und Herren. Ich werde das immer mit dem Ende brennen lassen, damit wir nicht so ewig warten müssen in der nächsten Folge. Dann pflanzen wir alles ein, machen noch ein bisschen mehr Dekoration und dann werden wir in der nächsten Folge dann sehen. Ich möchte die Folge kurz verändern, weil die wird gleich veröffentlicht. Bis dahin, tschüss.